Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von TeleBlocher. Wir haben es die letzte Woche schon diskutiert. Es sind wieder Zeiten, wie vor zwei Jahren. Abstimmung, Masseneinwanderung, jetzt Durchsetzungsinitiative. Man hat aber den Eindruck, die Fronten sind noch schärfer, oder? Ja, es ist interessant. Es geht nicht mehr um diese Initiative. Es geht nicht mehr um, ob man die Kriminellen ausarbeiten soll oder nicht. Sondern jetzt geht es um etwas ganz anderes. Jede Woche oder jeden Alpertag kommt ein neues Komitee. Und dem, wo dagegen ist, gegen die Initiative. Die Initiative, die wir abstimmen, verlangt ja, dass die Schwerverbrecher nach der ersten Tat, wenn sie verbüßt haben, richtig beurteilt worden sind, dass die automatisch ausgeschafft werden. wo wir schon mal abgestimmt haben, vor fünf Jahren. Und die Schweizer Woche sagte, das muss man machen. Und dann gibt es Verbrecher, die sind etwas weniger stark, also z.B. eine schwere Körperverletzung oder Einbruchstiepstelle. Dort wird es nur ausgeschafft, wenn in den letzten zehn Jahren noch eine andere Etage passiert ist. Und warum hat man das überhaupt gemacht? Das hat man gemacht, weil die Ausschaffungsinitiative, die ein Automatismus vorgesehen hat, vom Volk angenommen worden ist. Der Gegenvorschlag hat gesagt, ja, sie sollen schon ausgeschafft werden, aber es gibt Ausnahmen. Man kann einen nicht ausschaffen, wenn es eine besondere Härte ist. Das ist ja immer eine Härte. Und man muss besonders Rücksicht nehmen auf die, die hier geboren worden sind usw. Und das hat das Schweizer Volk und alle Kantone abgelehnt. Sie haben gesagt, man muss automatisch. Eben, das war ja der springende Punkt. Der Automatismus. Das hat man da schon diskutiert, oder? Also gar nicht unbedingt den Härte-Katalogen oder Datenkatalog. Nein, nein. Und jetzt mussten sie eine gesetzliche Regelung machen. Das ist ja so. Man hat zuerst die Verfassung, dann muss man das Gesetz machen. Und in diesem Gesetz nehmen sie ausdrücklich das, das das Schweizer Volk abgelehnt hat, wieder mit einer sogenannten Härtefallklausel. Das ist die heutige Regelung. Heute ist es auch so. Die Gerichte können ausschaffen, ausländische Überbrecher, aber sie müssen es nicht. Sie können Ausnahmen machen. Und sie machen immer Ausnahmen. Man hat 57'000 ausländische Kriminelle. In einem Jahr. Da sind natürlich auch leichtere Kriminaltaten darunter. Aber 500'000 Ausschaffungen. Und wenn es nach den Ausschaffungsinitiativen und jetzt nach den Durchsetzungsinitiativen ging, wären es 10'000 Ausschaffungen. Das ist die Problematik. Und dann, aber jetzt hat man Folgendes gemacht. Jetzt muss man die ganze Elite, alle müssen zusammenstehen gegen die Initiativen, weil sie haben Angst, das Volksgesetz sich zu verstören. Jetzt geht es plötzlich, Elite gegen die Bürger. Und jeden Tag etwas Neues. Aber können wir nicht anders formulieren, die SVP gegen den Rest oder der Rest gegen die SVP? Ja, natürlich. Läuft jetzt aus dem Tag heraus, weil die SVP jetzt will, dass sich den Bürgerwillen durchsetzt, oder? Nämlich das, was man hier beschlossen hat. Eben der Automatismus, oder? Ja, der Automatismus. Weil der ist ganz wichtig, sonst passiert wieder nichts. Aber jetzt gibt es ja gerade Gegner, oder Juristen argumentieren, oder es sei ja gleich eine DNA, im Prinzip ein bisschen vom Schweizer Rechtssystem, dass der Richter eben das ermessen hat. Also er kann sagen, ja, der hat ein Problem, oder können wir nicht so urteilen? Also der hat schon so ermessen. Er muss ja zuerst den verurteilen. Er muss die Schuldigkeit prüfen. Er muss schauen, ob es eine Nottür oder etwas war, wird er freigesprochen. Also nur gerichtlich Verurteilte nach dem Verbüssen, die werden ausgeschafft. Also der Richter hat noch viel zu tun. Aber es ist natürlich auch ein Misstrauen gegen die heutige Strafvollzugspass, wo einfach niemand, oder praktisch niemand ausschafft. Da hat es Fälle, jetzt haben sie hier ein paar Mal vor dieser Abstimmung, haben sie jetzt ein paar ausgeschafft. Da haben sie eine grosse Zeitung. Wenn einer neun schwere Straftaten muss begehen, bis er endlich ausgeschafft wird, innerhalb von zehn Jahren. Gefängnisse und so weiter, der ist einfach nie ausgeschafft worden. Schwierig, oder? Dann werden es nicht ausgeschafft mit Begründungen. Einer hat es nicht ausgeschafft, weil er sagt, das ist ein Mazedonier. Der hätte zwei Mörder und einen Totschlag auf dem Buckel. Ja, da können wir nicht ausgeschafft. Der ist in die Schweiz gekommen, hat eine Schweizerin geheiratet, hat Kinder, gescheiden, eine andere, die nicht mit ihr zusammen, also die nicht vergeräten ist. Den können wir nicht ausgeschafft, weil wir den Kontakt zu den erwachsenen Kindern brauchen. Ich meine, solche Gründe findest du natürlich immer. Und das fördert die Kriminalität, weil die Ausländer haben nur Respekt, vor allem aus diesen Ländern. Die kommen gar nicht aus der EU. Sie sagen immer, sie kommen nicht wegen der Personenfreizügigkeit. Das sind praktisch keine aus diesen Gebieten. Sie kennen es ja nicht bekannt, sie wissen es, aber sie sagen es nicht. Aber die haben nur von einem Angst, dass sie nicht da bleiben können. Jetzt noch eine andere Frage. Es gibt ja, da haben Sie es letztes Mal gesagt, in Kriegsgebieten, oder Gebieten, wo man dann wüsste, dass die irgendwie mit Liebe und Leben würden nicht ausgeschafft werden. Aber das ist ja dann schon wieder das Problem. Also einer könnte nicht nach Syrien ausgeschafft werden. Also es ist ja so, das zwingende Völkerrecht sieht vor, dass man Leute nicht in den Staat zurückbringen darf, wo sie getötet würden, oder schwer gefoltert werden würden, oder einen Nachteil muss ich aufnehmen, die unmenschlich sind. Also Gefängnisse langt nicht, wenn man zum Beispiel einer sagt, sie haben dort einen Diebstahl begangen, und jetzt kommen sie 50 Jahre in Christen, zum Beispiel. Das ging nicht. Das muss man halt abklären. Und auf Syrien weiss ich jetzt nicht, weil Syrien ist nicht in jedem Teil vom Land Krieg. Man hat immer das Gefühl, wenn jemand zu einem Krieg sei, dann haben wir dich bei den Bürgerkriegen, dann könnte ich keinen zurück. Es gibt immer Gebiete, wo es anders ist. Man kennt ja das, das ist die Weltberichterstattung. Also ich erinnere mich noch, das ist ein Parallelbeispiel, wo wir da die Sauberate mit dem Lidlpark in Zürich, mit den Drogensüchtigen da im Platzspitzen. In der ganzen Welt ist das rumgegangen, oder? In Zwits in der Stadt Zürich. Da hatten wir Geschäftskunden, die sagten, man würde eigentlich nicht einreisen können in die Schweiz, oder? Es sei ja verrückt, was da das Mitz in der Stadt sei, und die Drogenkriminalität. Das sei geheimes Gebiet, also man muss aufpassen. Aber es kann sein, dass man es nicht zurückweisen könnte, dann müssen die so lange da bleiben, bis man es kann. Oder es gibt halt einzelne Fälle, die man nicht ausweisen kann. Das gibt es immer. Von linker Seite wird auch etwas beherstattet, dass zum Beispiel Wirtschaftskriminelle oder Steuerflüchtlinge verschont bleiben. Sie können ja, es ist Ihnen freigestellt, der Katalog grösser machen. Es ist nicht wahr. Also es ist drin, Wirtschaftsbetrug. Das ist drin. Die, die Wirtschaftsbetrug haben, die sind in den Beliektekatalogen und werden auch ausgewisse Scheck, Fälschung und all diese Sachen, die Kriminalität, was sie bemängelt ist, die sogenannte Misswirtschaft. Wenn einer Misswirtschaft betrieben hat, das stimmt, das ist jetzt nicht drin. Man hat die, die an Leben und Leben nimmt. Steuerbetrug ist drin, Betrug ist drin. Aber Steuerhinterziehung sagen sie natürlich, wo in der Schweiz kein Delikt ist, sondern ein Vergehen, der ist jetzt halt nicht drin. Aber bei Ihnen auch nicht. Wir wussten im Gegenvorschlag, was Sie hier gemacht haben. Aber es sind so Detailfragen, nur wenn es noch etwas mehr könnte, oder nicht. Also der entscheidende springende Punkt ist der Automatismus. Automatismus geht nur um den. Und Sie haben da keinen Automatismus. Da ändert sich nichts gegenüber heute. Ja. Also muss man gleich nochmal klarstellen, die Durch-Ausschaffungs-Initiative hat sie denn geheißen. Jawohl. 2010 wurde knapp angenommen. Ja. Und jetzt hat man schon einen Gegenvorschlag gehabt, der kein Automatismus vorgesehen hat. Der ist abgelehnt worden. Und jetzt machen sie den weiter, der abgelehnt worden ist. Ohne Automatismus. Und das war auch der Grund, warum Sie mit dieser Durchsetzung... Und darum hat es auch eine Durchsetzungs-Initiative gegeben, weil wir haben ja früher gesehen, dass es nicht gemacht wird. Da haben wir doch gesagt, ja, aber der Volkswille hat ja nur einen Wert, wenn er gilt. Und die Bevölkerung, sie haben halt eine Verachtung für die Bevölkerung, oder? Das merkt man gut. Die Bevölkerung hat mir ein Vertrauen. Wenn ich schaue, die letzten 150 Jahre, hat ein Schweizer Volk einen schwerwiegenden Blödsinn entschieden. Sie hat nach meiner Meinung auch falsches entschieden. Ich habe ja ein paar Mal verloren. Aber schwerwiegend. Und die Politiker haben aber schwerwiegende Fehler gemacht. Wer hat die ganze EU-Konstruktion gemacht? Wer hat die Konstruktion gemacht mit dem Euro, dass das Griechenland nicht mehr zum Dreck auskommt? Das ist ja sichtbar, oder? Wer macht hier die Türen auf und lässt Millionen von Leuten ein, sind willkommen und dann verteilt man sie und so weiter und so fort. Das waren die Politiker. Das war nicht das Volk, das das gemacht hat. Weisst du Ihres Gefühl? Wie kommt es raus? Ich weiss es nicht. Ich kann es gar nicht sagen. An sich sage ich, wenn ich sehe, dass alle Zeitungen jetzt los da drauf geprasselt und die Leute gar nicht mehr recht wissen, warum das geht. Also die Zeitungen sind noch nie so einseitig. Also einseitiger wie vor zwei Jahren? Viel einseitiger. Weil sie reden nicht mehr über das Problem. Sie tun das so, wie wenn die Schweizer Untergänge. Rechtsstaat werde ausgehebelt. Dabei wird der Rechtsstaat, der Rechtsstaat ist ein Staat, wo man sich als Recht halten muss. Und sie kommen nicht fertig damit, dass in der Schweiz das Recht gesetzt wird durch das Volk und Verfassungsstufe mit den Kantonen. Sie meinen, sie sagen es. Und darum hebel es das Recht aus über das internationale Recht. Jetzt noch gleich interessant, bei EWA haben Ihnen, glaube ich, die Grünen dort geholfen, Masseneinwanderung? Ja, das war vielleicht eher ein Nachteil. Ja. Aber es hat ja gleich, da möchte ich sagen, Masseneinwanderung sind auch linke Kreise, Gewerkschaften, die ihnen geholfen. Gibt es das jetzt, oder erleben Sie das auch bei den Durchsetzungssitiativen, dass sie Unterstützung von anderen Parteien haben? Ja, es ist ja so. Also offiziell sicher nicht, oder? Nein, offiziell nicht. Und die Leute getrauen sich nicht mehr zu sagen, wann sie dafür sind. Die hat man jetzt so in Ecken nie gestellt, dass die letzten Sieger, die da wollen, haben die so Blödsinn, weil so Bagatellen liegt. Ja, aber Töffeldieben, oder? Ja, alle. Die überhaupt nicht vorkommen und noch nie vorkommen ist und auch nicht im Katalog drin ist. Die werden einfach so Schwindeleien gemacht. Ich habe dann gehört, da sehe ich noch das Ding, die Beispiele stammen aus dem Bundesamt für Justiz. Ja, da sind ja alte Kollegen, ja. Ja, die Verwaltung arbeitet dadurch. Das ist also nicht mehr der gleich gute in den Chef, wenn ich mit Erleupold gehe, oder? Dann haben sie ja wahrscheinlich auch rausgemoppt, oder? Aber das ist ja ein Skandal. Und da kommen die Leute vielleicht auch nicht mehr draus. Das kann schon sein, wenn die Leute nicht draus gehen, gehen sie sich nicht an die Turnen, oder? Das weiss ich alles nicht, was da abläuft. Aber ich bin immer, immer sehr pessimistisch, weil ich denke, ja, wenn so oft die Leute eingerebelt wird, dann können sie ja fast nicht mehr anstimmen. Kann ja sein. für die SVP muss man einfach immer sagen, wir haben eine sogenannte Win-Win-Situation. Wenn es abgelehnt wird, wir nicht durchdringen, dann sind dann die Kreise in der Pflicht, die jetzt behaupten, ja, wir dürfen es ja ausweisen. Nein, nein. Nur dürfen wir jedenfalls anschauen. Da wollen wir dann gerne sehen, wie viel das die ausweisen, und ob die Ausländerkriminalität endlich zurückgeht. Also das ist ja ein Versprechen für 2019. 2019, ja. 2019 gibt es dann Wahlen, und dort werden die beim Wort genommen. Wenn wir gewinnen, dann müssen wir aber aufpassen und schauen, dass es durchsetzen. Es hat dort schon eine Reise, die sagen, auch wenn das Schweizer Volk das macht, dann wird das nicht vollstreckt. Das widerspricht dem internationalen Abkommen. So haben wir es empfangen. immer das Volksrecht wird ausgegeben. Da sind wir eben bei der Albes Gütli Rede in der letzten. Der Weg in die Diktatur. Also wenige Reisen jetzt macht das sich. Und da geht es eben wirklich darum, dass wir die direkte Demokratie, die der Bürger eben nicht nur wählt, sondern auch konkret das Recht setzt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum man über die Bürgerschaft zweifeln sollte. jetzt hat der grüne Nationalrat Glättli gesagt, was einführen sich eigentlich die Scharia? Ja, das war eine lustige Debatte. Das ist im Volkshause im Blick. Also das, was wir hier wollen, das sind die Scharia. Also muss man sagen, das islamische Recht, oder? Ja, das islamische Recht, oder? Das ist ja entsetzliches Recht, oder? nur, um zu sagen, wie empfindlich es beim Austeilen und beim Einstecken. Ich habe ihm dann zur Antwort gegeben, hören Sie, also, bei dem Recht stand dann Sie, als grüner näher, als wir. Dann ist der so aufgebrochen, er sagte, nehmen Sie es zurück, nehmen Sie es zurück! Er teilt aus, wenn er eingesetzt wird, nehmen Sie es sofort zurück. Dann hat der Gesprächsleiter gesagt, Herr Blocher, nehmen Sie es zurück. Nein, ich wiederhole es nochmal. Ich habe es wiederholt, oder? Und, nur zu sagen, was die für Massstäbe haben, austeilen, aber gar nicht einstecken. Und ist ja klar, die helfen denen natürlich viel mehr. Und ich meine, wenn ich dann noch schaue, was die Grünen alles für Straftatbestände arbeiten wollen in diesem Staat. Plus, wenn sie noch gestraft sind, wenn die Fettis ist. Er hat Ihnen, glaube ich, es tut seinen Druck weissen. Haben Sie das mitbekommen? Nein, ich habe nichts. Ich glaube, im Tele-Züri hat er gesagt, er weiss es tut seinen Druck, er sieht es jetzt wieder, oder? Ja, gut. Einfach, dass sie es wüssten, wenn sie es sehen. Also gut, ich sage immer noch du, aber macht man ja nichts, wenn das mir sie sagt. Also, Themenwechsel. Das Thema, die Durchsetzungsinitiative ist sicher ein Thema, das die Schweizer beschäftigt. Seit gestern natürlich auch noch etwas anderes. Die Wirtschaft. Wir hatten den Fall in Basel, Syngenta, die jetzt verkauft worden ist an Chinesen. Dann, vorgestern auch noch, die neuen Zahlen der CS, die bitter sind, 4'000 Entlassungen, hat es Weisskommoleuten entlassen. Ist das ein Zeichen, dass sie jetzt wirklich kippen? Nein. Oder kann man die Fälle gar nicht vergleichen? Ja, es ist ja so. Zuerst einmal zu Syngenta. Man muss natürlich wissen in der Geschichte, was eigentlich Syngenta ist. Syngenta ist eine Abspaltung vom ganzen Agroteil der totesmaligen Ziba Geigi und Sando. Eben, das ist eine Firma, wo wir die fusioniert haben. Das war eigentlich eine gute Fusion, die man hier gemacht hat mit den heutigen Novartis. Die gab es ja dann. Novartis ist ja ein Fusionsprodukt von der totesmaligen Ziba Geigi. Auch ein riesiger, weltweiter Konzern. Und der Sando. Aber es ist eigentlich auch Das ist eine Fusion, die funktioniert hat? Von der Kultur her? Ja, es war eigentlich auch das Gegenteil. Man hat nicht aus zwei Firmen eine gemacht, sondern man hat aus zwei Firmen 50 gemacht. Und hat einen Haufen verkauft. Und die Farma-Teile. Nur diese hat man zusammengelegt in eine. Das ist jetzt Novartis. Man hat zum Beispiel dazu gehört, eine Wagenfabrik, Mittlerwagen, Greifensee. zu den Ziba Geigi gehört. Das ist sogar Feldmachtführer. Ja. Die hat man abgespalten, wie man gesagt hat. Eine Wagenfabrik hat nichts zu tun mit Chemie. mit einem anderen. Und ein anderen. Man hat noch viel. Wanderer war noch und so weiter. Die sind ja noch in der Elektronik. Das waren auch noch Sachen. Das waren so Mischkonzerne. und ein Teil war der ganze Agrochemie Teil. Und den hat man ausgelidert und hat Syngenta gemacht. Eine andere Firma ist Clarion. Der ist auch ein ausgelidertes Teil mit der Grundchemie und so weiter. Das sind alles Nebenprodukte von dieser Fusion. Darum sage ich immer, das war eine sinnvolle Fusion. Man hat den Pharma-Teil zusammengelegt. Aber es war noch mehr ein Gegenteil. Man hat alles andere, was in der Pharma war, ausgelidert, verselbstständigt und ausserhalb platziert. Und dazu gehört Syngenta. Und Es ist ja lustig, viele Schweizerinnen und Schweizer haben den Namen gar nicht gehört. Syngenta. Ist ja nicht jetzt Bewusstsein. 28'000 Mitarbeiter. Bevor es jetzt an die Chinesen geht. Es kam bewusst auch. Es ist natürlich eine Firma, es ist aber an der Börse, aber die Firma hat natürlich grosse Rolle gespielt im Agro-Bereich weltweit. Sie sind auch weltweiten Leiterlauf. Ja, sie sind im Saatgut und so weiter. Und in der Schädigungsbekämpfung, also landwirtschaftliche Kreise kennen die natürlich gut. und auf dem Gebiet hat es ja sonst auch ein Haufen Zusammenlegungen gegeben. Das sagen auch immer damit zusammen. Einerseits Produktionen müssen heute gross sein, aus Kostengründen, oder? Also Dünger. Ja gut, Ems ist ja ein führender Düngerhersteller gewesen. Der hat eine grosse Machtstelle in der Schweiz. dort sind wir sehr früh raus, weil wir keine Chancen mehr haben. Also in einem Dünger, den wir praktisch alleine hatten in der Schweiz. In der ganzen Schweiz hat es etwa 35'000 Tonnen gebraucht im Jahr. Aber eine gute Produktion, die kostengünstig produziert, braucht 150'000 Tonnen. So grosse Firmenfabriken sind das. Mehr als den ganzen Schweizer Markt, viermal so weit oder dreimal so weit wie den ganzen Schweizer Markt braucht, da haben sie in der Schweiz keine Chancen mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ich kann in der Schweiz machen und den Rest exportieren. Und da ist die Schweiz einfach zu teuer. Das ist der Nachteil der Schweiz, dass die Kosten hoch sind. Und darum hat man in der Magrochemie eine Konzentration gegeben. Und jetzt ist die Firma Syngenta, die ist schon an der Börse, aber die hat natürlich grosse Stache ausländische Aktionäre. Und die ist jetzt unter Druck gekommen. Sie hat angefangen mit der Monsanto. Das ist die Konkurrenz von Syngenta, den Amerikanern. Und die Monsanto wollte unbedingt Syngenta und Syngenta hat sich gewehrt. zu Recht oder Unrecht, das weiss ich nicht. Aber sie hat mindestens zu Recht gesagt, wenn die Monsanto das nimmt, warum nimmt sie das? Weil sie sagt, sie sind im gleichen Gebiet, gibt Synergie und dann legen wir einen Teil still. Machen sie nur noch einen Ort, also zwei. Und da wäre sicher die Schweiz dran gekommen, Basel, also da gibt es nichts wieder. Das sieht man jetzt bei der General Electric, bei der Alstom, wo jetzt ja die grossen Entlastungen sind, die sagen, das ist unwirtschaftlich. Die Amerikaner sind dann unerbittlich. Reduzieren, entlassen, ich kenne ja das von Ems her, ich habe ja Ems wegen dem übernommen, weil die Konkurrenz General Electric hat natürlich gesagt, die Hälfte der Leute werden gleich entlassen. Die Firmen, die Alstom jetzt übernommen hat. die Alstom übernommen hat, das ist die gleiche. Also das sind gute Firmen, da gibt es nichts zu wollen, aber einfach, die sind dann brutal. Und jetzt hat sich Alstom zurückziehen, weil Syngenta nicht mitgemacht hat, aber Syngenta ist scheinbar in der Not. Sonst hätte es ja sagen, wir bleiben selbstständig, aber wenn sie selbstständig bleibt, hat sie wahrscheinlich zu wenig Kapital. nicht sicher, wo es liegt. Und jetzt sind halt Chinesen gekommen und haben gesagt, die wollen jetzt anscheinend in den anderen Ländern Investitionen, nicht nur im eigenen Land, sondern auch in anderen. Was ja wir in der Schweiz auch machen, also wir sind ja Firmen in China, in China, oder? Und kommen wir mit der grössten Chemiefirme an, die es in China gibt, aber das ist ein Staatsbetrieb. Der gehört dem Staat, ist aber sehr, sehr, sehr tüchtig und profitabel, weil es hat auch gute Leute an der Spitze. Und jetzt haben die, dass, wenn die das übernehmen und zahlen gerade 45 Milliarden Dollar auf den Tisch eine Bar, das ist natürlich unglaublich, wie viel Geld das die haben. Und das ist eben, weil die Chinesen unglaublich viele Dollar haben. Ich glaube, der grösste Gläubiger von Amerika sind die. Die haben viele Dollar und die bringen jetzt die Dollar auch so weg. Sie haben jetzt Rohstoff gekauft in Afrika in den letzten Jahren. Alles in Dollar in Dollar und in Dollar und jetzt auch wieder, damit sie die Dollar wegbringen. Ich glaube, für die Schweiz ist das Risiko wesentlich kleiner, als wenn das Monsanto gekauft hätte. Weil die Chinesen das nicht stilllegen, weil sie an einem anderen Ort, sie haben ja sonst nichts. Aber, ob das langfristig ist, ist halt immer wie im Staatsbetrieb. Was passiert mit China? China wissen wir in der Geschichte. Es macht auf einmal Umschwung und wie die reagieren als Aktionär, das ist dann eine andere Frage. Markus Somm, der ist ja Chefredachter von der Zeitung, wo Sie beteiligt sind, von der Basler Zeitung, der hat sich ja ganz vehement gegen den Verkauf aufgeschert. Genau. Und er hat gesagt, das gehen Sie nicht. ein Staatsbetrieb, die Chinesen sagen Kragutti und so. Teilen Sie die Meinungen? Also das mit den Chinesen Kragutti, da sieht man ein bisschen zu wenig. Markus Somm ist ein stark Amerikaninfiltrierter. Er war ja nicht da, oder? Und er schwört auf die Amerikaner. Also punkto, ich sage nur meine Erfahrung. Ich habe mit den Chinesen nach der Eröffnung 20 Jahre mit den Chinesen gearbeitet, wo es noch schwierig war. für mich als Schweizer ist der Chines einfacher als die Amerikaner. Die Amerikaner sind für uns viel schwerer zu erfassen als der Chines selber. Wenn man mal Vertrauen hat in die Chinesen, das braucht ein bisschen Zeit. Und das mit dem Staatsbetrieb hat er natürlich an sich recht. Also das ist das Risiko von einem Staatsbetrieb, dass man dann dazugehört und man von den politischen Schwankungen abhängt. Aber das gilt natürlich auch für andere Sachen. Ich meine, was jetzt da von Amerika betrieben wird gegen die europäischen, vor allem die schweizerischen Banken, also das ist natürlich unglaublich. Da weiss ich, das wäre mit China nicht möglich. Also, das ist ein Thema. Die Sendung ist leider rum. Wir werden es in der nächsten Sendung noch aufgreifen. Eben jetzt den Basler-Fall. Wir werden jetzt natürlich auch die aktuelle, Wirtschaftssituation anschauen. Die nächste Tele-Blocher-Sendung freut mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.